Hey, mein Name ist Ashley und ich wohne neben der schlimmsten Familie der Welt. Sie sind die größten Snobs überhaupt. Sie fahren die schickesten Autos und haben Klamotten, die anders aussehen. Und sie haben einen Sohn namens Jack, ein absoluter Troll. Aber bevor ich weitermache, bitte ich euch einfach zu liken und zu abonnieren. Wenn ihr das tut, seht ihr heute eine Sternschnuppe. Als ich sechs Jahre alt war, spielte ich mit meiner Lieblingspuppe und Jack kam angerannt und riss sie mir aus den Händen und warf sie auf die Straße. Ein Auto fuhr rüber und brachte sie in Stücke. An dem Tag in der Schule stahl Jack einen Haufen Kekse aus der Keksdose und gab mir die Schuld. Ashley hat die Kekse genommen. Nein, das habe ich nicht. Sie hat sie im Schreibtisch versteckt. Die Lehrerin öffnete meinen Schreibtisch und fand die Kekse. Ich bekam großen Ärger. Und nach der Schule sah ich Jack, wie er sich die Kekse in seinen Mund stopfte. Wenn Jack mich nicht gerade terrorisierte, versuchten seine Eltern, meine Familie aus der Nachbarschaft zu vertreiben. Unser Haus war das kleinste im Viertel. Und selbst ich musste zugeben, dass es ein wirklich hässliches Grün war. Und meine Eltern waren manchmal ein bisschen seltsam. Mein Vater liebte es sich im Vorgarten zu Sonnen. Und jeden Morgen gab meine Mutter dieses seltsame Geräusch von sich. Und alle Katzen in der Nachbarschaft kamen angerannt. Außerdem sangen sie den Vögeln etwas vor und bastelte den ganzen Tag lang Vogelhäuschen. Ihr Garten ist inakzeptabel. Es sieht aus wie ein überwuchter Sumpf. Vor ihrem Haus bekomme ich jedes Mal Migräne, wenn ich es sehe. Meine Augen tun weh. Sie müssen etwas tun, Officer. Und kann bitte jemand diesem Mann sagen, er soll ein Hemd anziehen? Jacks Eltern gaben jede Woche schicke Partys. Aber ich und meine Familie waren nie eingeladen. Wir wohnten nur in der Nachbarschaft, weil wir das Haus von meinem Großvater geerbt hatten, der ein berühmter Enthüllungsreporter war. Ich wollte aufwachsen und so werden wie mein Großvater. Als ich zwölf war, trat ich der Schülerzeitung bei. Und als die Katze meines Lehrers, Mrs. Whiskers, verschwand, brauchte ich weniger als zwei Tage, um sie auf dem Dach zu finden. Allerdings hatte ich den Verdacht, dass Jack das war. In der Highschool war Jack das reichste und beliebteste Kind. Ich dagegen hatte nur eine einzige Freundin, meine Cousine Bethany. Sie war eine Woche, bevor wir in die zehnte Klasse kamen, in die Stadt gezogen. Aber Bethany war davon besessen, beliebt zu sein. Und sie würde alles tun, damit Jack und seine reichen Freunde sie mochten. Jacks Freundin Sandy war die Anführerin der reichen Kinder. Und sie ließ Jack wie ein Heiligen aussehen. Bethany betete Sandy an. Sie trug alle ihre Bücher und machte ihre Hausaufgaben und verfolgte sie überall hin. Sie ließ sie sogar die Antworten abschreiben. Sie lächelten Bethany ins Gesicht und redeten hinter ihrem Rücken. Warum lässt du dich von ihr so behandeln? Die machen doch nur Spaß. Diese Mädchen sind nicht deine Freunde, Bethany. Sie sind Idioten. Bethany hat nie zugehört. Sie wollte so sehr beliebt sein, dass die Wahrheit nicht verstehen konnte. Eines Tages zerrte mich meine Mutter an einem Samstagmorgen um 5 Uhr aus dem Bett, um in der Suppenküche zu arbeiten. Es ist wichtig, denen etwas zurückzugeben, die weniger Glück haben. Aber warum so früh? Als ich das Essen verteilte, blickte ich auf ein vertrautes Gesicht. Dirk? Jack? Ashley? Was machst du denn hier? Jacks Gesicht wurde weiß und er rannte einfach raus. Am nächsten Tag sah ich Jack in der Schule im Naturwissenschaftsunterricht. Der Lehrer hat uns für ein Projekt zusammengesteckt. Warum hast du in der Suppenküche Essen geholt? Bist du auf den Kopf gefallen oder so? Warum sollte ich jemals an so einen Ort gehen? Du musst mich nicht anlügen. Ich lüge nicht. Ich versuche nur zu helfen. Keiner hat dich um Hilfe gebeten. Am nächsten Tag gingen Bethany und ich zum Unterricht und wir trafen Jack auf dem Flur. Er hat uns einfach ignoriert. Was ist mit dir und Jack los? Ihr beide habt doch in der Bibliothek geflüstert. Seid ihr zusammen? Ist es eine geheimere Romance? Oh, Jack ist so süß und reich. Warum hast du es mir nicht gesagt? Jack und ich sind nicht zusammen. Was ist dann los? Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Klar. Ich erzählte Bethany, wie ich Jack in der Suppenküche gesehen hatte und wie seltsam er sich benommen hatte. Aber alles, was Bethany interessierte, war, dass ich die Aufmerksamkeit eines beliebten Jungen hatte. Aber mich juckte es, das zu untersuchen. Also ging ich später am Nachmittag zu Jacks Haus, um nach dem Rechten zu sehen. Aber ich hörte Jacks Eltern schreien. Ich hörte jemanden kommen, also versteckte ich mich. Dann schwang die Tür auf und Jack kam heraus. Er rannte die Straße hinunter. Am nächsten Tag verpasste Jack unsere Lernstunde. Dann fing er an, all seine Kurse zu verpassen. Ich begann mir Sorgen zu machen und rief ihn an und schrieb ihm SMS, aber keine Antwort kam. Ein paar Wochen später ging ich wieder zum Haus. Eine fremde Frau kam. In Jacks Haus wohnt eine andere Familie. Die Räder in meinem Kopf begannen sich zu drehen. Ich fing an, mich umzuhören, um herauszufinden, ob jemand wusste, was passiert war. Sandy sagte, dass Jack und seine Familie in Südfrankreich Urlaub machten. Oder waren es die Hamptons oder Tahiti? Wahrscheinlich waren es alle drei. Jack hat so viel Glück. Ich wünschte, ich wäre reich. Der Grund des Umzugs Jacks Vater hat gerade eine neue Villa gekauft, die doppelt so groß ist. Doppelt so groß. Er ist reicher, als ich dachte. Die Erklärungen schienen vernünftig, also ließ ich es dabei bewenden. Während der Sommerferien war ich eines Tages auf dem Heimweg, nachdem ich einige Besorgung gemacht hatte und dann sah ich einen Jungen in übergroßen Kapuzenpulli Gitarre spielen. Er spielte ein trauriges Lied, das so schön war, dass mein Herz aufging. Als das Lied zu Ende war, warfen einige Leute Geld in die Dose. Ich ging hinüber, um auch Geld hineinzulegen. Und dann sah ich, wie jemand seine Dose wegnahm. Der Dieb rannte auf mich zu. Ohne nachzudenken, streckte ich meinen Fuß aus und stellte ihm ein Bein. Gib das zurück oder ich verwandle dein Gesicht in Rührei. Ich nahm eine Kampfsporthaltung ein, die ich mal in einem Film gesehen hatte. Und es funktionierte. Denn der Dieb ließ das Geld fallen und rannte weg. Ich hob es auf und drehte mich zum Jungen. Was? Es war Jack? Hier, geht's dir gut? Ich bin, ich bin... Jack schüttelte den Kopf und brach in Tränen aus. Er erzählte mir, dass seine Eltern sich getrennt hatten. Dann hatte sein Vater ihr Haus verkauft. Das Geld sei Mutter gestohlen und war aus dem Land geflohen. Jetzt waren Jack und seine Mutter pleite. Jack tat mir so leid. Niemand hatte das verdient. Nicht mal der reiche Idiot. Also lud ich Jack und seine Mutter ins Haus meiner Eltern ein. Ashley, warum ist diese Frau in unserem Haus? Sie sind in Schwierigkeiten, Mom, und sie brauchen unsere Hilfe. Jacks Mutter entschuldigte sich für die Art, wie sie meine Eltern behandelt hatte. Meine Eltern vergaben ihr, luden sie ein und sie durften bei uns wohnen. Zum Glück war Bethany den ganzen Sommer über bei ihrer Familie, so dass ich das Geheimnis für mich behalten konnte. Jack und seine Mutter waren so dankbar, dass sie im Haus mit anpackten. Jack hatte sogar versucht, meinem Vater zu helfen, den undichten Wasserhahn zu reparieren. Ich gab Jack Nachhilfe, um ihm zu helfen, den verpassten Stoff nachzuholen. Es war seltsam, Jack hier zu haben, vor allem, als ich ihn mit einem Handtuch um die Hüfte sah. Ein paar Wochen später bekam Jacks Mutter einen Job und sie zogen aus. Ich gab es nur ungern zu, aber ich vermisste ihn irgendwie. Am nächsten Tag schickte Jack mir eine SMS. Was ist das alles? Ich wollte mich bei dir bedanken. Es ist nicht viel, aber das Beste, was ich tun konnte. Jack öffnete den Korb und holte mein Lieblingsessen heraus. Chili Dogs und Rosenkohl. Du und deine Familie seid wirklich seltsam. Was soll das heißen? Das ist eine gute Sache. Noch nie war jemand so nett zu mir und ich finde es toll, wie du und deine Eltern euer Leben leben und euch um andere kümmert. Das ist inspirierend. Was mache ich denn nur? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach so erzogen worden. Ich wünschte, ich wäre so stark wie du. Ich sah auf den Bizeps, der aus seinem Hemd wölbte. Ich glaube, du könntest mich schlagen. Die Schule wird hart sein. Ich soll der reiche Junge sein mit dem schicken Auto und den millionenschweren Eltern und... Das bist du nicht mehr. Um ehrlich zu sein, warst du vorher ein richtiger Idiot. Das neue Ich gefällt mir viel besser. Wenn wir schon ehrlich sind, muss ich was zugeben. Was denn? Ich glaube, ich habe mich in dich verknallt. Wirklich? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du dich auch in mich verknallt hast. Dann zog er mich an sich und wir küssten uns. An diesem Abend redeten wir stundenlang und er spielte mir sogar ein paar Lieder vor. Am nächsten Morgen nach den Sommerferien sah ich Bethany in der Schule. Jack kam und zwinkerte mir zu. Was war das? Ich weiß nicht, Jack war doch immer seltsam. Warum wirst du dann rot? Ich hatte Bethany nichts von Jack und mir erzählt. Wir gingen die Dinge langsam an. Eines Tages gingen Jack und ich von der Schule nach Hause, als Sandy und ihre reichen Freunde vorbeifuhren. Hey Jack, wo ist deine Mitfahrgelegenheit? Ähm, ich habe keine. Du tauschst das gegen dein neues Item, hä? Du versuchst immer mich zu übertrumpfen, Jack. Wir haben es alle verstanden. Du bist der Reichste. Ja. Mein neues Auto wird toll sein. Doppelt so teuer wie das letzte. Jack, was machst du denn da? Lass den Loser stehen und häng mit uns ab. Außerdem müssen wir uns entscheiden, in welcher Farbe wir zum Ball gehen. Ich gehe nicht mit dir zum Ball. Mit wem gehst du dann? Sag mir nicht, dass du mit diesem Freak gehst. Wenn du dieses tolle Mädchen meinst, das neben mir steht, dann ja. Sandy war stinksauer und fuhr davon. Ähm, ich weiß das Kompliment zu schätzen, aber du kannst nicht weiter lügen. Worüber denn? Dein Vater wird dir kein neues Auto kaufen. Ich weiß. Warum lügst du dann? Warum nicht? Ich tue doch niemandem weh. Die Wahrheit kommt immer ins Licht, egal wie sehr man sie verbirgt. Lass uns über was anderes reden. Um wie viel Uhr soll ich dich abholen? Ich glaube, ich passe. Ich bin allergisch gegen Lügner. Danach haben Jack und ich nicht mehr gesprochen. Ich sah ihn in der Schule, wie er vor seinen Freunden mit seinem Geld prallte, das er nicht hatte. Wie er über riesige, schicke Häuser log, in die er gerade eingezogen war und sich über die armen Kinder lustig machte. Er war wieder ein reicher, egozentrischer Idiot. Er versuchte, mich anzurufen und schrieb SMS, aber ich schaute mir lieber meine Videos an. Was soll das Stirnrunzeln? Du bekommst Falten. Ich verstehe nicht, warum Jack lügen muss, nur um reich zu sein. Manche Leute tun alles, um den Schein zu wahren. Lügen, betrügen, manchmal sogar stehlen. Aber das ist nicht richtig, natürlich nicht. Es ist nicht immer leicht, das Richtige zu tun. Ich beschloss, allein auf den Ball zu gehen. Bethany und ich sollten zusammen hingehen, aber sie rief mich nicht zurück. Als ich auf den Ball ankam, sah ich Bethany, die mit Sandy und der Crew abhing. Sie hielt die Drinks für die anderen. Hey, Bethany, ich hab versucht, dich zu erreichen. Äh, tut mir leid, äh, ich muss los. Bethany verhielt sich seltsam. Sie konnte mir kaum in die Augen sehen. Dann kam Jack auf mich zu und bevor er ein Wort sagen konnte, fingen alle Handys an zu klingeln. Ich schaute auf mein Handy und sah ein Video von Jacks Mutter als Dienstmädchen. Du bist nicht reich, Jack. Du bist ein armer Verlierer. Dann lachten alle über ihn. Und versuch nicht, es zu leugnen. Bethany hat es uns erzählt. Sie hat sogar ein Video gemacht. Es ist wahr. Ashley hat mir erzählt, dass sie gesehen hat, wie Jack in der Suppenküche war. Hat die Klappe, Bethany. Niemand hat dich gebeten, etwas zu sagen. Sei ein braves Hühnchen und stell dich dahin. Ich war so wütend auf sie. Es tut mir leid, Jack. Ich wollte nie... Ist schon gut. Es ist nicht deine Schuld. Ich hätte schon vor langer Zeit aufhören sollen, mich zu verstellen. Sandy, du hast recht. Ich bin arm. Aber es ist mir egal, was du oder andere jetzt von mir denken. Ihr wart sowieso nie meine wahren Freunde. Ihr habt euch nur für Geld interessiert. Nun, es ist weg und das ist dumm. Aber ich habe was Wertvolleres gefunden. Dann nahm Jack meine Hand. Mensch, wenn du sagst, dass du dich in diesen Freak verliebt hast, muss ich kotzen. Ich hatte genug. Ich ging zu ihr hinüber und verschüttete meinen Drink über ihr Kleid. Oh, das tut mir aber leid. Weißt du, der Punsch bringt deine Augen zur Geltung. Willst du von hier verschwinden? Ja. Als Jack und ich zur Tür rausgingen, lief Bethany auf uns zu. Ashley, es war nicht persönlich gemeint. Wir sind doch noch Freunde, oder? Vielleicht kann ich das mit dir und Sandy in Ordnung bringen. Wenn du eine Woche ihre Hausaufgaben machst, dann... Du bist erbärmlich, Bethany. Du verdienst jemanden wie Sandy. Jack und ich verließen die Party und gingen zusammen an den Strand. Wir tanzten. Das ist schön. Weißt du, was das Beste daran ist? Was? Es kostet nichts. Dann gab mir Jack den romantischsten Kuss aller Zeiten. Wir tanzten. Vielen Dank.